hallo ist martin von meinem mann case dass die dachsanalyse für nun mittwoch den 21.02.2024 und unser dachs erscheint irgendwie zum boxenstopp zu sein er hat aber nicht richtig mitgekriegt das hier weiter geht also wahrscheinlich neue reifen drauf ziehen lassen oder wie auch immer wir waren unterm montag noch mal drunter interessanterweise hatten wir gestern schon darüber gesprochen dass möglicherweise eine politische verkeilung werden kann also es sieht auch deutlich danach aus wenn es denn aber so gewertet werden muss dann ist er tatsächlich auch schon bereits an der auflösung dessen ja also das überwinden von 1780 würde dann ist einfach nur noch fehlen aber man kann sie nicht schön ziehen ja es wäre jetzt keine lehrbuch verkeilung aber die psychische wirkweise dahinter ist identisch halten auch wenn ich jetzt hier keine linie anziehen kann dass es dennoch erkennbar dass die tiefs quasi flacher zufallen wie die hochpunkte also dass die linie flacher ist wie die wie die hochpunkte in der steigung na es ist einfach steiler hier als hier unten ist und dadurch ist verkeilt sonst löst sich jetzt hier gerade so nach oben auf heißt im grunde genommen dass er eine leichte tendenz sogar auf die oberseite jetzt kriegt ja also sollte sich über 1780 jetzt was haben wir mittwoch etabliert bekommen hätte dann gutes zeug wieder rein in die 1 20 zu steigen und wenn die 1 20 überwunden bekommen dann wäre auch hier wieder oberhalb von bollinger band und somit eigentlich auch nach oben hin frei hier nochmal eine 200 einzulaufen und eben dann auch nur 250 steht ja ohnehin noch aus das soweit die obere perspektive sollten wir unten abklappern bleibt sagen wir am vortag also auch die 1735 1710 haben gestern erklärt die ganzen hochs ja das bleibt wichtiger support ist kann auch jetzt noch ein drittes viertes fünftes mal angelaufen und verteidigt werden sollte er durchrutschen und gar nichts nach oben antreten gar nichts nach oben reagieren wäre ansonsten noch eine 169 60 169 40 als backup vorhanden ja auch das noch mal eine schöne reaktionszone nach oben und tiefer wäre ansonsten dann hier die 830 das hatten wir uns aus dem tagesschau schon mal angeguckt wo wir gesagt haben da würde dann hier einfach noch mal auf die linie aufsetzen ja und noch mal noch mal einmal unsere band abholen und noch einmal auf den ausgebrochene weiten keil oder was auch immer man dazu sagen möchte aufzusetzen am tagesschau wäre also auch eine option ich sage aber mal so wie er steht hat er ja schon am vortag erinnert euch an gestern haben auch gesagt dass die kerze der vortagskerze letztendlich dynamik genommen hat in der abwärtsbewegung er hat ein bisschen den windaussegel genommen jetzt mit der grünen tagesschau hinterher nimmt natürlich dem umkehrsieger hier oben noch mehr windaussegel und das wird es demnach leicht machen nach oben wieder ein bisschen anschluss zu finden ja also gespannt wie er sich mittwoch schlägt aber hätte durchaus das zeug mal an a1 20 vorbei zu gucken und dann musste zeigen ob er das zeug dazu hat auch wieder höher zu klettern und dann hier halt auch aus dem tagesschau band mal rauszusteigen das liegt ja auch in dem bereich so etwa knapp darüber ja punkt sind wir schon wieder durch kurze analysen aber wenn nicht viel passiert müssen wir uns auch nicht mundfusslich reden hier aber auch keine vorträge halten mit gegen den trend und so weiter ist es halt hier passiert hat nix einfach das seite aber ist vielleicht auch mal nicht verkehrt kann der eine oder andere mal ein bisschen eher ins bett also ich mache hier aus wünsche euch was wir uns morgen wieder bis dahin tschüss